lange rede kurzer sinn ja es gab bisschen was zu tun ist halt so schlimmeres aber wir haben es ja jetzt doch noch mal irgendwie geschafft noch mal anzukommen also wenn wir uns jetzt noch mal genüsslich irgendwie das problem hat mir da kann man wenn ich irgendwie aber jetzt weiß ich Das ist doch... Ehm... Wollen wir das nicht wegschmeißen? Ja doch, das ist ja geht doch! Ach! Natürlich! Richtig stoppt dafür drücken, dann geht das auch alles. Mann ja, du doofheit! Die Schlauheiten natürlich mit Löffeln, die ich jetzt nicht. Pass doch, gerade so doch. Puh, okay. Ja. Das ist ja nicht so weit, der hier. Ne, nochmal. Das ist schon mal gut. 32 Zusätze. Die Kette. Hört die Geschwindigkeit bei der Pfiffe. Okay, dann geht's ein, würde ich sagen. Dann schauen wir mal, haupt mir ja mal, dass wir das Tor aufbringen. Hinter Passwort. Äh. Okay. Wir haben was verpasst. Wir haben den Passwort verpasst. Passwort verpasst. Okay. 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 da hat der generator wohl den geist aufgegeben er rückt was jetzt da war so ein zettel stehen codes drauf steht dass es an einem ort namens wiener basis ein blf versteckt suchen wir sie haben mich den ersten blf bringen zum reden jetzt sind wir das muss es sein ok suchen wir einen weg vorbei sehr kreativ er fast genau den kern wir sehen uns das mal aus der nähe hast du den code auf diesem zettel stehen einiger aber wir brauchen zuerst strom für das tor in boston hätten sie die für so ein graffiti die scheiße aus dem leib geprügelt oder schlimmer kurz jetzt sind echt verlockend tja nicht passieren aber auch nicht auch nicht auch halten sie die aktoren dass wir passen die idioten bringen einfach jeden gegen dich auf Okay, dann mal los. Kein Benzin. Kein Benzin mehr. Gott verdammt. Was machen wir jetzt? Was gibt es? Ein Zettel. Was? Auf dem Zettel stand, dass es im Gerichtsparkhaus und bei einer Kuppel Benzin gibt. Okay. Gerichtsparkhaus und Kuppel. So, wie sollen wir diese Orte finden? Wir reiten herum und halten Ausschau. Meinst du, Tommy war auch hier? Auf jeden Fall. Also, wo sind wir? Ziemlich sicher etwa hier. Ah, cool. Dann markiere ich das mal. Okay. Was muss denn das eigentlich aus? Das sehen wir hier auch schon. Hau vor. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich schätze, das Militär hat hier alles weggebombt. Oh, überall was schon. Ja. Manchmal hat das Militär Stadtteile zerstört in dem. Die Infizierte die dann. Oder Rebellen. Ist das nicht übertrieben? Naja. Es hat meist funktioniert. Gegen Infizierte oder Rebellen? Beides. Scheiße. Glaub mir. Du hattest Glück, nicht in der QZ aufzuwachsen. Das Gefühl hab ich allmählich auch. Ja. Geil. Ja. Drei Stoffausgabe. Na, bitte. Fedra hat das hier mehr als gesichert. Im Boston wär immer das Essen knapp. Hungrige Leute drehen durch. Hm. Da können wir dann erstmal schön rein. Kommst du da durch? Geh. Okay, ich halte das. Shit. Jetzt hier. Achso. Wo kam er denn? Kass. Na ja, sehe ich jetzt wieder. Ja. Ich daqui. Ah. Geh weg. 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 G Arena. Du hast donde ich bei dir eigentlich onées soweit verhause. Geh weg. Du hast dort gemacht. Geh weg. Sehr gut. Kücher. Schnell und leiser. Das ist der richtige Weg. Da vorne war ja noch eine Treppe, die hochkommt. Wenn wir denn jetzt zurückkommen, heißt das? Nein. Dann will ich nicht. Okay. Hier gibt es denn nur einen Weg. Was war denn da vorne? Oh, zwei Klicke auch noch. Ich hasse. Ich weiß nur, dass... Oh, ich weiß nicht. Ups, da hinten, da bewegt sich mich, seit hin und her. Könnte ich da nicht halten. Boah, das war krass. Wir sollen noch den ausschalten. Geh auf, das war korscht. Geh auf! Es ist... Oh, gut, dass sie im Ruhezustand sind. Vielleicht suchen wir das Benzin. Warte, welches ist das? Bitte in dem Gebäude, da warten auch noch jede Menge. Das Gefühl, es wird kein Zuckerschlecken hier durch.